und da ist wieder ganz herzlich kommt zurück hier auf meinem kanal peits live ich bin es wieder martin schön dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen video heute ich habe ja vor zwei wochen das letzte mal ein video hochgeladen und da hatte ich eine bitte an euch dass ihr mal unter die kommentare schreibt was ihr so gerne sehen wollt oder was ihr von dem jahr sehen möchtet wo ich letztens erzählt habe von dem ersten jahr in der ausbildung und da haben viele geschrieben erzähl doch mal ein bisschen mehr über deinen ersten allein flug also über deinen ersten solo flug und ich hatte echt also irgendwie gehört es natürlich dazu dass man das erzählt weil es ja auch eine krasse geschichte ist beziehungsweise eine krasse erfahrung da muss gar nichts besonderes sein allein dieses ereignis im leben meines piloten ist einfach mega cool und einfach total besonders und diese erfahrung möchte ich heute mit euch teilen und ich hoffe euch wird die geschichte ein bisschen gefallen ich hatte meinen ersten solo flug am 21.03.2019 also dieses jahr ich war zu diesem zeitpunkt knapp ein halbes jahr in der ausbildung was ich jetzt tatsächlich recht viel anhört was mir damals gar nicht so vorkam aber bist du mal soweit bist dass du alleine fliegen gehen kannst da gehört ein bisschen was dazu und natürlich haben wir die theorie zuerst abgeschlossen gehabt und so weiter das heißt da mussten wir erst ein bisschen büffeln und danach natürlich flugstunden und verschiedene situationen weil du sitzt dann wirklich alleine ist erstmal in diesem flugzeug und egal was ist es kann irgendwas passieren theoretisch natürlich hofft man das nicht aber die möglichkeit besteht dass irgendwas passiert und dann kann dir quasi keiner mehr helfen du bist dann dafür verantwortlich und deswegen war mir bzw unserer schule auch ganz wichtig wie es auch normal ist dass man perfekt darauf vorbereitet ist bevor man das erste mal alleine fliegen geht man wusste quasi davor ein bisschen den zeitraum okay in der lesson in lesson 11 oder 12 oder wann auch immer das war damals ging es dann zum first solo hin da hat man sich auch schon ein bisschen sicherer gefühlt man hat die letzten stunden landetraining gemacht und kurven konnte man fliegen steigen sinken und so weiter und so fort funken ging soweit ganz gut und dann wusste man schon so okay gut in den nächsten paar lessons kann es dann mal so weit sein dass der fluglehrer nicht mehr dabei sitzt und da also ich wusste an dem tag nicht dass es dazu kommt wir sind in salzburg raus gestartet und er hat mir dann gesagt okay heute könnten wir theoretisch machen wenn alles passt wir haben noch ein paar landungen dann gemacht in salzburg allerdings und wollten dann landen und er wollte mich dann alleine fliegen lassen also da wusste ich was auf mich zukommt und dann haben wir den tower gefragt wie das ob das funktioniert und so weiter und so fort wir haben das natürlich davor auch im flugplan angegeben gehabt und dann meinte der tower so ja das ist heute leider nicht möglich hier in salzburg weil wir zu viel verkehr haben wir haben das auch schon der platzrunde gemerkt also da wir mussten bestimmt 20 minuten über einem holding point warten über einem über einem reporting point halten um endlich mal weiter die platzrunde fliegen zu dürfen weil so viel verkehr war die ganze zeit irgendwas angeflogen gekommen dann kam da drüben wieder in austria dann kam da wieder eine lufthansa maschine dann kam hinter uns wieder eine piper von einer anderen flugschule und da war wirklich die hölle los und dann haben wir kurzerhand entschieden dass wir nach welz rüberfliegen zu einem etwas kleineren flugplatz und da das ganze mal versuchen wir mussten natürlich nach dem wetter schauen weil das wetter muss natürlich auch super sein bzw einfach gut passen dass man das first solo fliegen darf oder kann und war natürlich mir auch wichtig weil ich möchte jetzt nicht bei 30 knoten seitenwind da landen das bringt nichts und das habe ich mir auch damals noch nicht zugetraut zu diesem zeitpunkt nichtsdestotrotz sind wir dann nach welz rüber geflogen und haben da noch mal zwei drei touch und goes gemacht da war ich tatsächlich noch nicht ganz so erfahren bei dem flugplatz im gegensatz zu salzburg wo man wirklich eigentlich die ganze zeit war da haben wir dann wie gesagt die zwei drei touch und goes gemacht und dann hat es hat wirklich alles gepasst ich habe mich gut gefühlt er hat dann auch gefragt ja wie geht es dir so weit und so weit und dann sind wir runter und sind dann zum hangar quasi getexelt und er hat gesagt ja fühlst dich immer noch gut und so weiter und dann steigt er aus und sagt so okay gut dann fliegst du jetzt dein first solo und ich saß zum ersten mal da drin so okay gut weil im prinzip wusstest du schon so ein bisschen dass es gepasst hat und so was aber du realisierst es erst mit den worten des fluglehrers wenn er aus dem flieger aussteigt und du dass du da drin alleine bist du du versuchst alles du versuchst dich zu konzentrieren du holst deine checklisten raus wie ganz normal du versuchst halt einfach alles ganz normal zu machen weil es ist eigentlich auch nicht anderes fliegen als mit einem fluglehrer du machst es ja genau dasselbe du fliegst ein bisschen im kreis und versuchst den flieger wieder runter zu bringen das war so das ziel des ersten solo fluges zumindest habe ich das so gesehen und in welts hat er dann gesagt okay gut er geht jetzt raus er hat mich immer im blick ich kann ihn auch jederzeit verständigen ich habe auch jederzeit mit dem tower kommunizieren können das war auch gar kein problem und dann habe ich mich angemeldet blablabla der tower wusste natürlich auch bescheid dass ich da jetzt mein first solo fliegen möchte und er hat mir auch viel glück gewünscht und ich bin dann rausgetaxelt und stand dann das erste mal vor der piste habe meinen letzten check gemacht vom flieger und dann wusste ich okay gut wenn ich jetzt darauf rolle und gas gebe dann geht es wirklich los und so bin ich dann auf die piste gerollt die piste vor mir gehabt das war einfach ihr könnt euch das gar nicht so richtig forschen also wenn ihr mit dem fluglehrer wenn fluglehrer dabei ist dann wisst ihr immer okay gut wenn jetzt irgendwas passiert er kann euch schon helfen er kennt sich aus der tausende von stunden flug erfahrung und was weiß ich da saß ich drin und wusste okay gut du sitzt jetzt hier alleine du bist dafür verantwortlich du musst das jetzt alles machen deswegen war ich konzentriert wie noch nie zuvor und bin dann einfach gestartet und das erste was mir aufgefallen ist in den kleinen maschinen ist man steigt viel besser also ihr habt jetzt bestimmt eingerechnet aber nicht mit dem aber wenn fluglehrer neben euch sitzt selbst wenn er nur 70 80 kilo wiegt oder sowas die chesna 150 152 steigt halt nicht so gut also jetzt im vergleich ne und bei meinem solo flug ich bin hoch gestartet ich bin hoch gestartet gefühlt wie ein jet so kam ich mir vor und ich war dann schon oben auf meiner höhe für die platzrunde habt ihr meine checks oben gemacht und dann habe ich erst mal realisiert okay gut passt habe ich aus dem fenster geschaut und so okay gut jetzt leite ich die kurve ein und so und habe dann die ganze zeit mit dem tower gefunkt und wie ich das jetzt mache der tower war super an diesem tag der hat mir auch gesagt okay jetzt bist du da jetzt bist du da jetzt fliegt dahin jetzt kannst du landen und so weiter und so fort ich habe mich natürlich immer gemeldet und die erste land war dann auch super also da war ich echt begeistert von der ersten landung da war ich echt zufrieden ich bin dann wieder raus und ich glaube fünf landungen oder sowas oder sechs landung ich weiß nicht oder vier ich weiß nicht mehr ganz genau wie viele das waren habe ich dann gemacht und bei der zweiten landung die war nicht so besonders gut also sie waren nicht schlecht sie war einfach nur nicht so gut wie die erste fand ich und ich bin so auf der piste und das geht dann alles super schnell bei einem touch and go ihr landet dann wieder klappen hoch und so weiter speed und und so weiter und dann wie geht es wieder direkt hoch und ich schaue so raus auf die auf die piste auf einmal rennt von rechts nach links ein reh über die piste bei meinem first solo und ich dachte so also das war noch gut ein stückchen weiter nach vorne aber es kann ja jederzeit sein dass es wieder zurück rennt und wenn ich da mit über 100 stunden kilometer ankomme mit der kleinen maschine und dann rennt mir so ein räder vor ist immer so eine sache also habe ich versucht dazu vermeiden kam nicht zurück war alles super ich bin wieder abgehoben habe dann den tower kurz bescheid gegeben dass da tiere auf der piste waren und dann bin ich ganz normal die anderen landungen geflogen bin dann wieder die letzte habe dann die letzte landung gemacht waren waren eigentlich alle super zumindest für meine verhältnisse zu dem zeitpunkt waren sie recht okay ich bin dann wieder zum hangar zurück und auf dem weg zum hangar auf dem taxiway standen rechts auch die hasen auf dem gras und haben mich da angeschaut ist immer so alles klar gut bleibt bitte da stehen rennt mir bitte nicht vor mein flugzeug okay und die standen da und habe mich angeschaut und so okay gut bleibt da stehen und ich bin dann zurück zum hangar da hat dann mein fluglehrer schon auf mich gewartet hat mir dann gratuliert der flugloser hat mir noch gratuliert zum first solo und das waren einfach so coole momente und auch als ich damit dem fluglehrer wieder zurück geflogen bin nach salzburg war es war einfach man hat darüber gesprochen man hat ihn nach seinen erfahrungen gefragt wie es war und so und dann saß man im flieger und wusste okay man ist alleine geflogen man konnte dann so jedem davon erzählen man konnte seinen eltern davon erzählen freundin was weiß ich und das war einfach super super cool und ich kann es nur jedem raten bleibt einfach ruhig es ist wie gesagt also klar ihr seid nervös ihr seid vielleicht bisschen angespannt oder sowas aber versucht einfach alles ganz normal zu machen ihr macht es ja nicht zum ersten mal und ihr wisst ja wie die checklisten funktionieren wie der flieger sich anhört wieder flieger reagieren sollte oder wie der flieger reagiert wenn irgendwas vielleicht nicht so ganz rund läuft habt ihr vielleicht alles schon mal gehabt und letztendlich ihr fliegt den flieger ihr könnt den flieger fliegen sonst lässt euch der fluglehrer auch nicht raus und von dem her geht das alles ganz ruhig ein ruhig an genießt jede einzelne minute genießt jede einzelne kurve jeden jeder einzelnen landung das sind einfach sachen die vergisst man nicht das ist mega cool und am nächsten tag dann auch mein second solo gehabt in salzburg war auch mega cool da war es halt ein bisschen anders weil die piste irgendwie dreimal so lang ist wie in welz da war das ein ganz anderes feeling noch mal und auch wenn du dann im gegen anflug bist und dann sagt so ein aua pilot okay gut wir sind jetzt established wir möchten jetzt auch bitte landen und dann sagt der tau okay gut wartet mal ein bisschen dann kannst du von oben schauen wie unten die aua maschine reinkommt und so das das macht echt super viel spaß und allgemein alleine fliegen finde ich finde ich cool also ich fliege auch super gerne mit kurs kollegen oder sowas aber es ist natürlich ein ganz anderes feeling wenn du ganz allein da oben bist egal ob es jetzt cross country ist oder first solo oder sonst irgendwas es ist immer was besonderes zumal ich das auch noch nicht so oft gemacht habe und von dem her das war eigentlich so die geschichte von meinem first solo mehr besonderheiten gab es da nicht es gab einmal noch dass ein flieger sich vor mich gedrängelt hat quasi aber da habe ich einfach kurz gewartet der ist gelandet und ich hatte ja kein stress da war ja sonst keiner und dann bin ich halt danach reingelandet war alles gut und ich kann nur sagen es hat mega spaß gemacht und die landung waren auch okay und von dem her freut euch natürlich auf den tag und genießt wie gesagt die ganze zeit und ihr werdet es dann nie wieder vergessen und von dem her ich hoffe euch hat die geschichte ein bisschen gefallen ich wollte das eigentlich schon länger machen das video bin aber eigentlich nie dazu gekommen jetzt ist es auch schon fast wieder ein jahr her dass mein first solo war ich bin jetzt am artpl lernen gerade und werde jetzt vielleicht ein bisschen pause machen über weihnachten also was schule angeht lernen werde ich natürlich trotzdem weil ich im januar meine ersten fächer schreiben möchte und sonst falls ihr noch ein paar andere videos sehen möchte so über unsere ausbildung oder über das fliegen oder sowas in der art könnt ihr auch gerne auf dem kanal fly with pilots seen vorbeischauen der da auch so ein zwei coole videos und möchte jetzt ein bisschen starten und wäre cool vielleicht gefallen euch ja die videos oder sowas der hat auch ein paar landungen hochgeladen das video finde ich natürlich ziemlich cool und ihr kennt ihn ja schon aus der room tour hier aus der wg und aus den ersten videos von der flugschule wo wir unsere sachen vorgestellt haben und so weiter kennt ihn vielleicht der ein oder andere schon und da könnt ihr ja gerne mal vorbeischauen ich verlinke euch das einfach mal unten und da sind auch noch ein paar richtig coole videos vom fliegen mit dabei und da werden auch noch richtig coole kommen und vielleicht machen wir da auch mal ein bisschen was zusammen also bleibt auf jeden fall dabei falls wir uns nicht mehr hören wünsche ich euch allen wunderschöne weihnachten und einen guten rutsch ins neue jahr ich werde dann wahrscheinlich in der ersten januar woche man live stream machen oder sowas wenn ihr bock drauf habt und dann wie gesagt wünsche ich euch noch einen schönen tag bis zum nächsten mal und tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal seit scaredern bis zum nächsten Mal Untertitelung. BR 2018